Guten Morgen, ich bin Dominika Komtblume. Erkennst du mich? Ich bin der beste Koch der Welt. Ich weiß, wie man kocht der Wasserfuerti und machen Rehe. Und das ist mein Helfer. Hallo, hallo, Frau Margarete mit christlichen Gläsen. Heute, ich töne mit ihr meine neue Spreise. Auflauf mit Champignons und Käse. Tun Sie es. Tun Sie es. Das ist Champignons, Baguette, Butter und Käse. Scheide Baguette. Schmieren Butter. Waschen. Und schägen Champignons. Schmier. 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 Margarete Schmier. Bitte. Danke. Rüben. Käse. Ja, das ist Käse. Rübebe, Rübe. Schmier. 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 Einlegen der Auflauf. In der Ofen. An 20 Minuten. Und guten Appetit. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Bye!